Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Woche mit Among Us. Hallo! Heute mein Intro gleich im Game, weil ich mir gedacht habe, dass das ein bisschen angenehmer ist. Wir sind gleich in der ersten Runde im Poster. Ja, je, je. Und dann auch noch wieder auf dieser Karte. Und dann noch wieder mit den ganzen Detektiven. Ei, 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 ei. Das kann ja was werden hier. Und dann steht auch noch Dalu-Karte neben mir. Da muss ich aber los. Dalu geht rüber. Dalu. Sepp. Oh, snap. Okay. Oh, nein. Okay, Adi hat, glaube ich, Adi hat nichts mitgekriegt. Adi hat nichts mitgekriegt. Adi hat nichts mitgekriegt. Okay. Sehr gut. Ah, ja. Uff. 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 Okay, also Andi, Sven und ich von meinem Licht. Ich wollte erst rauslaufen, hab dann gesehen, ich hab doch zwei Tasks drin und bin hier reingelaufen. Und oben, wen hab ich reportet? Welche Farbe war das? Ist ja braun, ne? Ja, braun. Oben liegt Sepp. Andi war doch zuvor in den Camps. Sven kam von unten nach oben zu den Camps. Oder Sven? Ich kam von oben. Kommen zu oben? Cafeteria, oben an Mad Bay vorbei, nach unten. Ah, okay. Das Ray ist grad Mad Bay rein, als ich oben langgelaufen. So, wir haben drei Tote. Hey, wo bist du denn nach der Mad Bay hin? Ich? Ja. Achso. Ich war nicht mal Mad Bay. Nee, Ray, nicht Jay. Nee, ich war, ich war, ähm, diese Reagenzlaser hab ich gemacht. Und dann ging's Licht aus. Und danach wollte ich eigentlich da hin. Und ja, und dann kam der Report. Dann bist du durch den Vent, hast du gekillt, bist wieder zurück. Nee, 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 nee. Nee. Nee, die kann's verstehen. Ja, genau. Ich bin mit Ray oben hochgelaufen. Ich wollte über Upper Engine in Cafeteria, dann war das mit dem Licht und dann bin ich zurückgelaufen. Und dann war ich mit Ray quasi, bin ich runtergelaufen. Also ich sag mal so, ich hab Zett noch nicht gesehen, die Runde. Ich hab Kalle nicht gesehen. Ich hab nur einmal kurz Dardosch gesehen mit Dizzy hinten dran im Storage. Das war, also mehr hab ich von den drei nicht gesehen, die Runde. Aber das war ja schon eine Zeit lang her. Ich hab das Gefühl, zwei Leichen liegen auf der rechten Seite. Und irgendwie hab ich das Gefühl, es ist Jay. Ja, du, du warst die ganze Zeit bei mir. Ja, es kann ja sein, dass du rechts eingekillt hast, den Admin gewendet bist. Hast du den Admin gesehen? Hast du gerade Admin angehabt? Ich hab Admin-Table angehabt. Du auch? Ja genau, da haben sie doch gerade, also was ich, das ist halt blöd jetzt, aber links unten in Lower Engine haben sich doch gerade zwei Leute gekreuzt und danach kam direkt der Report. Ja, da war ich einer. Ich fahr gerade runter auf dem Weg zu Electric. Und mir ist entgegengekommen, äh, Zero, glaub ich. Ich bin nach dem Electric, bin ich links rausgelaufen, ja. Ich hab das Licht angemacht und bin dann nach links. Also, ich kann nur sagen, es ist von Dardosch. Die Kill-Gekreuze, ne? Das heißt, es ist gerade Dardosch oder Kalle dann gekillt worden da unten. Dardosch muss bei Sepp gewesen sein. Aber dann müsste das Sven die Leiche gesehen haben. Ich hab keine Leiche gesehen. Ja, oder er hat sie gemacht. Nein, weder noch. Safe. Oh, der erste Brot auf. Ach, das ist kein Vote. Gut, Jay und Ray waren nicht vom Licht, oder? Ne, ich war die ganze Zeit an... Da haben wir schon mit Ray zusammen im Lauen unterliegt. Oh, 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 oh. Da sind wir mal glücklich weggenommen. Na, dann mal los. Äh, zu viele Leute. Zu viele Leute. Oh, damit hab ich mich jetzt, glaub ich... Damit hab ich mich jetzt, glaub ich, angeschissen. Damit hab ich mich jetzt angeschissen, glaub ich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Sind alle auf jeden Fall auf der rechten Seite. Und sie gehen auch investigieren. Okay, keiner tot. Ich dachte, jetzt kommt der Move. Ähm, eine Frage. Kann natürlich sein. Jay, du hast ja grad in Electric als erstes diese 1, 2, 3, das mit dem Kreis gemacht, ne? Ich hab 1, 2, 3 gemacht. Dann hab ich die Kabel gemacht. Dann hab ich downloadet. Du hast das übelst schnell gemacht. Weil ich jedes Mal getroffen hab. Okay. Ja, ich fand's nur... Ich fand's nur... Richtiger Mokoko da, der Jay, ey. Mike, wolltest du gerade Leute töten, oder hast du Leiche gesucht? Ich dachte, wenn nur noch 7 leben und links geht Reaktor an, guck ich auf die rechte Seite, ob jemand ist, auf die Gefahr, dass ich ja getötet werde, aber... Ja, das reicht mir. Aber Sven, du hast auch gerade so einen weirden Sidestep gemacht, als du Mike gesehen hast. Ich bin Mike hinterhergelaufen. Aha! Hä, das reicht dir wofür, Sven? Bitte? Das reicht dir wofür? Um den Vote zu skippen. Achso. Die anderen sind alle wie safe, oder? Aber ich hätte jetzt dieselbe Frage von Mike auf einmal beim Alarm rechts abgebogen. Ich stand mit Andi im Admin, bin nicht zum Alarm gelaufen, ich bin nach rechts gelaufen. Mir kam Sven und noch jemand entgegen, Dizzy, glaube ich. Dizzy zuerst, ja. Dann müsst ihr hoch und ich bin mit gebührendem Abstand hinterher. Ich hab auch ein gewisses Vertrauen auf Sven und Andi, kann natürlich auch daneben liegen. Andi würde ich nie vertrauen. Aber Dalu, warum hast du jetzt gedrückt? Ja, weil wir nur noch zu zippt waren. Es war relativ viel Zeit vergangen, bis Reaktor gecallt wurde. Und ich dachte, der erste Kill ist vor Reaktor. Dann wird Reaktor gecallt und halt dann wollte ich den Double-Kill verhindern. Es ist keine Leiche. Warte mal, die Info gerade am Ende der Runde mit Jay war als letztes bei Dardosh. Die kam sehr spät, die Info. Was hat es damals bei Dardosh? Sepp und Dardosh sind zusammen oben rumgelaufen. Ach, Sepp und Dardosh. Kurz vor dem Leiche. Ja, genau. Das heißt, die Leichen müssen eigentlich gemeinsam irgendwo liegen. Ne, Sepp liegt ja Elektrikrill ohne Dardosh. Sepp lag oben. Also zumindest außerhalb oben links auf jemanden. Dardosh war ja, dass Dardosh und Kalle wahrscheinlich rechts liegen. Mike hat doch Dardosh, äh, Sepp reported. Sepp, oh, wo genau lag Sepp dann bitte? Über dem Elektrikrill-Kasten auf der rechten Seite. Kann natürlich sein, dass links auf dem, wenn noch jemand lag, das habe ich nicht gesehen, aber er lag da auf jeden Fall alleine. Aber wenn Ray und Dizzy zusammen bei Madbay waren. Ne, 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 ich war alleine Madbay. Wir haben uns dann bei Security vorne dran gekreuzt, als wir da waren. Das ist alles sehr fischig. Alter, ihr Kack-Imposter. Jede Runde einen mehr, Jay. Ja, ja. Ich wollte eigentlich jemand anders wohnen, aber hey. Das war wohl irgendwie komisch. Ja, du bringst Müll raus. Da oben ist keiner drin. Eieiei, jetzt wird es echt schwer. Jetzt wird es echt schwer. Ich habe eine Leiche gefunden. Dieses Blauen liegt bei den Kameras. Du glaubst immer noch, dass es Jay war. Moment, wer waren die drei Leute, die gerade rechts von S.H.I.E.L.D. kamen? Andy, Ray und Dizzy, richtig? Nein, Mike. Andy, Mike und Dizzy? Andy, Mike und Ray. Ray und ich waren zusammen. Die, die hier auf der rechten Seite stehen. Ja, das bedeutet Sven oder Dizzy haben den Kill gemacht. Woher weißt du, dass ich von Storage kam? Weil ich bei Admin war und ich weiß auch, dass drei Leute rechts waren und da habe ich gesehen, dass du aus Storage kamst, als ich die Kabel des Storage gemacht habe. Ja, aber dann weißt du ja, dass ich nicht links war. Ich weiß aber nicht, wo du davor warst, ganz von links kommen. Wo liegt denn die Leiche? Die liegt genau bei dem Kreuz, bei Kameras. Werktor links, Kameras rechts, genau auf dem... Kameras waren aber nicht an, oder? Da war der Kreuz. Nein, im Kreuz. Der Kurs noch mal den Kans reingeguckt, da stand keiner und dann habe ich geklautet. Also Andy, Ray und ich waren relativ viel zusammen auf der rechten Seite. Das habe ich gesehen, dass drei da waren. Das kam aus dem Storage uns entgegen. Sven reported jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Postleiter reporten würde. Davor hatte ich keinen Suss auf Sven. Mein Vote, weil wir jetzt voten müssen, wäre auch auf Dizzy, außer er erklärt mir, was er gemacht hat mit dem Alibi. Kann ich dir sagen, ich bin, als wir rein sind in den Meetingraum, bin ich runter über Storage, Lower Engine, dann hoch und dann war ich in Mad Bay und bin jetzt gerade in Cafeteria gewesen am Ende. In Mad Bay? Yes, in Mad Bay. Hast du irgendwen gesehen, Dizzy? Ich war Admin-Table, ich habe, glaube ich, keinen Mad Bay gesehen. Ja, als ich runtergegangen bin, also ich bin an Admin vorbeigelaufen, da war Dallocard und Zero drin und dann bin ich da halt einfach geradeaus weiter. Hat jemand Jay noch gesehen, außer jetzt die Leiche? Wir haben ja noch beide Imposter. Der war ganz gut zu werden Admin und war dann weg. Ich ärgert es, dass dazu keiner was sagt. Also ich kann mir immer noch vorstellen, dass Sven den Kill im Nacken von Dizzy gemacht hat. Das ist aber halt so, das kann sein. Dallocard, wer reported, kann auch nicht. Aber, ich weiß nicht, aber ich war es wirklich nicht. Wenn das so wäre und du es nicht bist, dann müssen es Zero und Dizzy sein. Und dann würde er reporten, was eigentlich bedeutet, dass du es bist. Ich glaube, einer von eurer Dreierbande ist es noch. Ich bin es wirklich nicht. Einer von eurer Dreiergegen. Wo kommt das denn her? Ich glaube, ich könnte zurecht haben, dass einer jetzt gerade passiv war. Aber ich glaube, Dizzy könnte nicht wissen. Oh mein Gott, wo kam... Shit, ey. Ich habe schon wieder kein gutes Alibi gehabt, ey. So ein Kack, Alter. Nein. Das war schon wieder so unklug. Ich habe mich selber in die Scheiße geritten, okay? Ich habe mich gerade selber in die Scheiße geritten. Ich habe mich selber in die Scheiße geritten, gerade. Oh, nee. Das war so dumm. Das war wirklich so dumm von mir. Ah, das war so außerordentlich dämlich. Ach, fuck. Das war nicht clever. Das war überhaupt nicht clever. Okay. Also wir lagen mit Dizzy richtig. Fuck. Ich glaube, was ich auch schon davor gesagt habe, Dalu hatte recht damit, dass wahrscheinlich der zweite Impostor Cut Passiva auf der rechten Seite. Dalu liegt in Admin. Sven und Andi, könnt ihr mir euren Laufweg diese Runde sagen? Nach links einfach oben lang. Reaktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 runter. Genau. Dann habe ich Andi auch gesehen. Also wir haben auch beide das Wires erst im Cafeteria und dann vor Security gemacht. Und dann waren wir... Ich habe auch gerade in meiner Aufnahme gesagt, dass ich Ray verdächtige tatsächlich. Ray, Dalu und ich standen in Coms. Ich bin dann hochgelaufen. Nee, 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 nee. Dalu und ich standen in Coms. Du kamst dazu. Dann bin ich weg. Und dann seid ihr zu zweit gewesen. Dann bin ich nochmal kurz zurück. Und dann seid ihr beide Richtung Storage hoch, Richtung Admin. Genauso war ich... Ja, in Admin, habe ich schon gesagt. Genauso wie du sagst. Dalu ist in Admin reingebogen. Ich bin oben links zum Kabelfixen in Cafeteria gegangen. Dann wurde Sabotage gemacht. Und ich dachte mir, ich gucke mal kurz, ob Dalu noch lebt. Und er lag tot in Admin. Ich glaube, dass Ray gesehen hat, dass wir beide hochlaufen. Irgendwann nachgelaufen ist und gekillt hat. Ja, deswegen bist du für mich der Verdächtige, weil du der Letzte warst, der bei Dalu war. Das verstehe ich, Ray. Das ist auch so wichtig. Wenn Zero und Andi sich decken. Genau, das ist wichtig. Wenn ihr euch deckt, also einer von euch ist Crewmate, ihr müsst euch sicher sein, dass keiner irgendwie zurückgelaufen ist. Also ich glaube nicht, dass einer von uns beiden... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Zero da runtergegangen ist. Also ich fand halt auf der rechten Seite die Runde davor. Bei Admin fand ich... Habe ich ja auch Andi und Mike beobachtet. Ich bin ja bei euch geblieben. Und deswegen kann die Theorie von Dalu durchaus stimmen, dass einer der Passive war. Das Ding ist, dass Andi und ich und Sven uns beim ersten Kill auf der linken Seite relativ vertraut haben beim Licht. Da habe ich auch die Leitungen gebraucht. Ah, das heißt aber... Also Zero, was sagst du denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich merke es, als der Alarm vorhin an war, auch rechts rumgelaufen. Wir müssen aber nicht. Wir müssen nicht voten, oder? Wir müssen nicht. Nee, aber wenn Andi und Sven sich decken und ich vertraue dem einen, der dann Crewmate ist sozusagen mindestens, dann vote ich jetzt Ray. Genau, es gibt ihm, dann machen wir einen Task. Ja, also ich vote dich, Mike. Okay, ich vote Ray. Weil wenn man die sieht, für mich mache ich genau die gleiche Argumentation, Mike. Was weiß ich, Andi oder Sven, vote mich oder Ray? Dankeschön, Leute. Oh Mann. EG, Mike. Easy Imposter win. Danke, Digga. Danke, Digga. Oh Mann, ey. Sorry, Ray, sorry. Danke, Andi. Danke, Sven. Boah. Oh, sorry, Ray. Ich glaube, so reingekirrt. Alles gut, alles gut. Von Glück habe ich nochmal nachgeschaut, ob Dalu noch lebt. Alter, was ein Stress. Ich hätte auch nicht gedacht, dass so schnell der Report kommt. Ich dachte so, okay, gut, dass DC jetzt alle da rüber schickt so. Und ja, da kommt direkt der Report. Und ich so, verdammt, jetzt wird es schwierig. Ja, ich hatte das. Zum Schluss, hättet ihr Dalu mal am Leben gelassen? Den hatte ich jetzt echt auf den Kieker, weil mit seiner Schlussfolgerung und dem Ausschluss. Hätt ich echt gedacht, nee, irgendwie die Runde fand ich tatsächlich, also für mich persönlich wäre Mike wirklich der Verdächtigste gewesen, deswegen wollte ich den auf jeden Fall am Leben lassen und Dalu rausnehmen, weil er mir zu sehr brainert ist. Nein, du hattest nur ein Problem, Ray, dass die anderen beiden sich auch coveren konnten. Hey, Dalu hätte Dalu eben nicht geshootet. Ja, aber unsere Argumentation wäre halt mehr und weniger das Gleiche gewesen. Ich habe für dich gevotet. Ich habe für Disney gevotet. Dalu war für mich safe, weil er den Emergency Call gemacht hat. Also relativ safe, weil er hat ihn leicht verschwinden lassen. Deswegen war Dalu für mich safe. Ja, ich habe Grundvertrauen in Mike, das passt schon. Ich fühlte mich so ertappt und keiner hat irgendwie große... Nein, meinen vertraue ich nie. Der ist immer sehr, sehr, sehr gefehlt. Der ist pink, hallo? Dizzy war vorher an den Kameras, ich laufe da rein. Das ist wie meine Ex von in the Ray. Dizzy an den Kameras, denke mir so, ja, okay, ich sage so, weh, der killt mich jetzt. Macht mir gerade die Kabel und plötzlich zack, genickt durch. Ja, genauso war beim Ersten auch, Dizzy. Dankeschön. Ja, Moinsen. Auf geht's in die nächste Runde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Mal sind wir Crew-Made. Oh, shit, 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 shit. Ich habe gerade Katze auf dem Denkse. Oh, oh. Hopla. Ich habe die letzte Woche Mandalorian geguckt. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Okay, nice. Easy, easy, kein Problem. Oh, sepp, okay. Ich habe mir kurz Gedanken gemacht, Sorgen gemacht. Ich bin noch feines, da noch Spalle. Wir müssen noch ein bisschen darauf achten, wie alles so da ist, ne? Wer denn hier alles so da ist? Ne, die Katze, vorsichtig. Hey, ich muss noch ein bisschen, wir werden was spielen hier. Ich muss mal rein swipen. Na, das war zu langsam. Easy, kein Problem. Wer ist denn das hier? Ray, Dalu, Silo. Ah ja, dann können wir gleich hier oben noch den nächsten fangen. Warum ist ein Admin so voll? Ich würde sagen, schon mal reine Prognose. Moment. Oh, what? Okay, das muss ein Admin passiert sein, oder? Alarm. Ich habe einen Verdächtigen, möchte ich nur sagen. Aber erzähl erst mal. Dalu liegt wieder Admin. Ja. Amgad aus Kateria. Das Licht ist aus. Ich wollte zum Admin-Table, um nur zu gucken, was wo so abgeht. Weil ich den gar nicht so schlecht finde übrigens. Und auf der Leiche steht Dizzy. Alter, nee. Sorry, ich muss ganz kurz. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben Kabel verkackt, okay? Aber so richtig. Ich musste Kabel wechseln und stand sehr lange an Kabel. Ich war es definitiv nicht. Ich habe aber noch eine ganz, ganz kurze Frage zu schreien. Nein, die ist auch wichtig für das. Und zwar, am Anfang standen drei Leute Weapons. Che, ich bitte dich mal, wer war zuerst Weapons? Ich. Okay, dann können Sie wirklich passen. Okay, weiter gibt Text. Weil diese ging das erste Mal weg. Jetzt werden wir hier so ein Meter verkürzt. Ich glaube, es wird neben ihm gekillt. Also, die Leiche denn schon? Bevor ich nachher gesagt hätte, dass ich das am Ende gesagt hätte, ich war auch Admin, war die ganze Zeit am Table, nichts gesehen. Also, neben deiner Leiche quasi, oder was? Ich habe die nicht gesehen. In der ganzen Admin-Table. Keine Ahnung. Hast du das jetzt gesagt, weil du Angst hattest, dass ich dich gesehen habe? Hä? Wenn du das weiter gesehen hast, was weiß ich, ich will das nur einfach sagen. Als das Licht ausgegangen ist, bin ich unten Elektro gegangen, vom Admin quasi aus der Richtung, Richtung Storage und auf Höhe, Storage, obere linke Ecke, kam Kalle mir entgegen. Kalle ist nach rechts Admin gelaufen. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Bei mir haben wir doch. Nein, bin ich nicht. Also entgegen bist du auf jeden Fall gekommen. Ich bin entgegengekommen aus Storage nach oben und bin dann auf der Engine gegangen. Aber ich bin dann nicht in Admin gegangen. Okay, für mich sieht es halt anders aus. Also, du bist mir entgegenkommen, schräg. Ja, das Licht war halt aus. Also, das ist ja auch richtig. Jay und Sven auch. Also, Sven war auch am Table. Ich bin zum Schaffteria runtergekommen. Ich muss es doch sagen, der Kill war ein Admin. Soll ich nicht sagen, ich wäre ein Admin, damit irgendwer mich sieht und dann mich verdächtigt? Impostasau. Oh. Da gehen die Shots aber raus, Junge. So, können wir jetzt bitte die Kabel vernünftig machen? Okay. Ich glaube, ich hatte heute zu viel Kaffee oder so. Oh, ich werde sterben. Oh, nee. Nevermind. Oh, das ist so easy peasy kein Problem. I'm dead. Oder? Oh, oh. Hey, Jay steht neben mir. Jay ist nicht jetzt ein Admin. Warum hat Jay dafür so lange gebraucht? Sag mal. Um einen Schieberegler hochzuschieben. What the fuck? Was ist da los? Das wäre so krass, wenn jetzt wieder neben mir einer die Leichen... Wenn wieder neben mir die Leiche liegt. Was wäre richtig, bitte? Okay, gehen wir mal durch Kabel der Ria. Okay, Dados. Steps. Ich habe so das Gefühl, Dados sucht. Okay, ich hatte auch noch gerade einen Report-Button. Wo war Deiner? Oben, der liegt zwischen... Also im Electrical, zwischen dem Kasten und oben. Also wenn du hochgehst... Ja, ne, Electric, ich bin auch gerade Electrical rein, da kam auch der Report. Und ich wollte gerade noch sagen, es könnte jetzt zum Timing natürlich richtig scheiße passen. Und ich beschuldige jetzt jemand falsch. Aber ich habe in den Camps noch gesehen, wie Andi in Mad Bay rein ist. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt dann gleich wendet und mich Security kehrt. Deswegen habe ich den Wend in Security ein bisschen beobachtet. Als ich danach aber im Mad Bay wieder rein bin, war halt niemand mehr da. Dadurch war in dem Moment auch kurz mit mir drin. Kann natürlich sein, dass er in der Zeit rausgelaufen ist. Aber wenn halt eine Länge gegen jemand Tor ist... Ich glaube, Andi kam mir entgegen am Emergency-Knopf aus der Richtung Mad Bay weglaufend. Okay, dann falsch. Ich stehe auch gerade über Mad Bay und die Tür ist zu. Moment, Mike kann ihn auch ein Alibi geben, ne? Ja, kann ich... Die Tür ist zu bei Mad Bay. Hey Mike, aber ich habe dich nicht gesehen. Wie kann das sein, dass du ein Besänger... Weil die Tür zu ist, ich stehe über Mad Bay. Die Tür ist zu, jetzt in diesem Moment. Ja, aber die Situation ist schon viel früher passiert. Ja, das ist schon viel länger her. Können wir kurz... Wissen ihr, wo Seppli? Nee. Also... Ich habe eine wichtige Info für die Crewmates. Ich stand am Admin-Panel. Es waren zwei Leute, Security, fünf Sekunden vorm Kill. Wer war in den Kameras? Ray oder wer? Ich. Wer war bei den Musik? Nee, jetzt gerade nicht. Also ich war jetzt am Ende in den Kameras. In den letzten fünf Sekunden, zwei Leute, Security. Äh, also ich war in den Kameras und ich weiß es nicht. So, und es waren zwei Leute Mad Bay. Zwei Security und zwei Mad Bay. Ja, ich habe, also als ich runtergelaufen bin zur Security, ich bin über Cafeteria gelaufen. Also wirklich so 10, 15 Sekunden bevor wahrscheinlich Sepp gestorben ist, ist Dadosh und Sepp in Richtung Cafeteria gelaufen. Und am Ende habe ich, nee, Dadosh war das. Dadosh habe ich am Ende Navigation gesehen. Also Dadosh ist für mich potenziell erstmal, äh, der größte Kandidat für Sepp. Also ich, ich würde gerne auch mal kurz noch Sepp's Reports wenn, weil, wie gesagt, ich bin Electric rein, habe den Report-Button gekommen und er müsste ja mega weit drin gestanden schon sein. Das ist ja oben. Keiner Ahnung, wo der Sepp-Pick geht. Potenziell halt. Wir haben zwei Mad Bay waren und keiner was sagt. Ja, ich glaube, ne, Leipzig Mad Bay. Wahrscheinlich da irgendwo. Mad Bay? Dadosh ist im Post. Kann sein, ja, Tür war auf. Dadosh nicht. Dadosh ist im Post. Dadosh ist... Effing Imposter. Ich sag's euch. Der hat Sepp gekillt. Der hat einfach... Kaltblüter hat er Sepp getötet. Eiskalt. Eiskalt hat er den getötet. Ich sag's euch. Pass auf. Easy. Kein Problem. Okay, wir haben nur noch einen Task. Sehr gut. Gleich mal rein in Security. Wir ermitteln. Wo ist der? Wo ist der? Dadosh. Dadosh. Das Cafeteria. Okay, gut. Perfekt. Ich dachte in den Lights Out jemand gestorben. Deswegen hab ich gedrückt, weil ich hab noch zwei Tasker und die Tasker ist relativ weit. Deswegen dachte ich mir, okay, wir können jetzt... Ich hab voll viele. Ich hab voll viele flippen. Hast du gerade... Versuchst du dir gerade ein Alibi zu bauen? Ich weiß nicht genau, warum du auf mich schießt, aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Also ich kann dich nicht gegenverdächtigen. Du kamst mir in Cafeteria entgegen. Also ich hab nix komisches gesehen. Ich hab auch Sepp nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Und die letzten, die ich alleine gesehen hab, war Jay rechts oben im Cockpit. Und ich bin runtergegangen. Boah, wer im Bodyguard? Ich bin durch mit den Aufgaben. Ja, ich hab eine kurze Frage an Andi. Ich nicht, ich hab noch einige. Beim letzten Kill, also den Report, den wir hatten. Fünf Sekunden vorher waren zwei in Mad Bay. Andi kam mir aus der Richtung Mad Bay entgegen. Andi, warst du in Mad Bay drin? Ich war in Mad Bay, bin raus, hinter mir ging die Tür zu. Und wer war noch mit dir in Mad Bay? Da war niemand anderes in Mad Bay. Nein, da war niemand anderes in Mad Bay. Ihr müsst bedenken, dass... Wenn einer im Vend sitzt, wird das auch angezeigt. Das ebenfalls angezeigt wird da, ne? Wird der im Vend angezeigt wird, im Mad Bay, Electrical und Security angezeigt? Nee, aber ich glaube, wenn du hin und her springst, dann zeigt er das halt entsprechend mit dem Raum an. Das heißt, das klingt für mich nämlich so, wenn Dizzy auch niemand gesehen hat. Dadurch, wir waren kurz davor in Mad Bay und da war niemand drin. Ja, 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 da war keiner drin. Und davor, davor noch, hab ich Andi in Mad Bay reinlaufen sehen. Und da war er ja nicht mehr. Und jetzt war er dann angeblich danach wieder drin. Sorry, der Verdacht auf Andi ist bei mir halt leider immer wieder drin. Wollen, dass die Tür dann zugeht? Ist für mich auch, aber ich glaube, wir sollten trotzdem erstmal... Ja, ja, nee, nee. Ich wollte nur Andi nochmal fragen. Wir müssen mal ein bisschen abstechen in Posters. Nee, im Letz. Ich glaube nicht, dass Jay stimmt. Ja, ich glaube auch nicht. Hoffe ich. Jetzt ist Jay tot, pass auf. Okay, gucken wir mal, wie weit das da unten ist. Alle Türen zu, what the fuck? Wie weit haben wir es denn noch? Okay, alles Komplett. Dann gehen wir mal im Mitteln. Sherlock Dissing. Müssen wir natürlich darauf achten, was hier los ist. Du bist heute aber auch echt, äh... Da ist jemand gestorben. Die Leiche liegt über Storage. Ich glaube nicht, dass Jay stirbt, Mama. Wo habt ihr welche? Welche ist eure letzte Position gerade? Ich bin genau Lower Engine Eingang von Osten her, also von rechts nach links rein. Ich bin nach Licht unten durch... Unten Müll, Storage und dann nach rechts. Okay. Security. Äh, es sind Sven und Dizzy. Ich bin mir relativ sicher. Sven stand nämlich eben gerade Storage an der Ecke und hat sich verstecken wollen, aber ich konnte ihn tatsächlich sehen. Sven war der Kill, an der Leiche ich da verportet habe. Du hast gesagt, du bist nach rechts weg. Bist du nicht. Du stehst Storage. Du stehst rechts unten, Storage an der Ecke und versuchst dich zu verstecken. Ich habe doch gesagt, rechts unten. Dann wollte ich nach rechts oben. Nein, du hast gesagt, du bist nach rechts weg, bist du aber nicht. Du stehst Storage unten rechts. Können wir ganz kurz kurz keine Zeit verschwenden? Weil Andy und Ray mit mir Electric waren. Wo ist denn die Leiche? Über Storage. Über Storage. Und eigentlich wahrscheinlich in Electric. Nee, glaube ich nicht. Electric ist nichts, glaube ich nicht. Da waren wir auch drin. Wir wurden da eingesperrt. Das ist richtig, ja. Andi und ich waren da eingesperrt. Andi war jetzt auch am Ende noch bei mir. Lower Engine, ich dachte, jetzt kommt der Kill. Wir haben auch um die Ecke geguckt. Also auch hinter Electric liegt die nicht. Also ich persönlich möchte nochmal eben ganz kurz auf den Verdacht aufmerksam machen, dass mir Sepp mit Dardosch entgegengekommen sind bei Mad Bay vorhin. Ich hätte den Call nicht gemacht und ich hätte den Report jetzt nicht gemacht. Welche Imposter? Naja. Gut, natürlich. Also wenn die im Storage da liegt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gefunden wird, ist ziemlich hoch. True. Ich verstehe auch nicht, warum ich mich da verstecken sollte. Ja, Moment, dann hättest du die Leiche sehen müssen. Wo liegt sie denn? Boah, Dizzy, Dizzy, wo bist du bei Electric? Wo liegt sie denn? Sag doch mal, ich bring's um. Ja, wie soll ich sie denn dann sehen, wenn ich unten lang weggehe? Warum ist denn Dizzy, warum ist denn Dizzy, äh... Dizzy ist verdächtig, weil er nicht mit uns zusammen im Electric war. Es sind zwei Kills gefallen. Er stand vor der Tür. Dizzy stand vor der Tür. Ja, genau. Er kann den Kill auch gemacht haben. Und Dizzy sagt aber, er hat Dadoch vorher schon mit... Ja, mit Seth gesehen und Seth verweckt hat. Boah, das ist aber... Ich konnte die auch nicht sehen. Also Sven hat gesagt, er hat Storytrags. Komm, wir müssen den Worten jetzt. Ja, ich würde Dadoch rausgreifen. Ich vote Sven. Ja, mach das. Dizzy, wen hast du gewartet? Ich habe Dadoch gewartet. Und Andi hat nicht gewartet, oder? Nein, das ist... Okay, interessant. GG, schade. Nee, nicht schade. Oh, ey, bei dem Progress hätte ich nicht gedacht, dass mir das noch... Nee, nee. Safe nicht. Dadoch, das tat es mir so leid gerade. Das tat es mir so leid. Ey, Andi war so sass. Das war so eine starke Runde, ne? Das Problem war, dass du weibst jetzt. Ich habe ein bisschen Herzinfarkt gerade. Können wir uns mit Andi spielen? Das war doch... Das hat einfach nicht gepasst. Timing. Boah, ey, das war nice. GG an euch, ey. Das war aber unangenehm jetzt. Also, das mit dem Madbay war übrigens tatsächlich so. Ich war im Vent und bin zwischen den drei Dingern die ganze Zeit hin und her geguckt, ob da jemand reinkommt. Also, dementsprechend tauchte man dann da... Ja, ja, durch die Info von Mike, weil Mike gesagt hat, du warst danach wieder Madbay. Ich dachte, es gibt keinen Sinn. Ja, aber wieso vergesst ihr das im letzten Report? Ja, habe ich mich auch geöffnet. Nein, super war das Dizzy und Dadoch. Das musste man halt anfeuern. Das extreme Schuten halt gegen Sven halt war. Ich habe Sven gewartet. Also, ich weiß es nicht, warum... Der Double Kill war nice von euch. Ja, der war echt stark. Der war wirklich super. Und dann die Tür und Licht aus und das war echt gut. Zwei Sekunden länger und ich hätte noch einen Kill wieder ready gehabt. Nice. Es war jetzt aber auch echt knapp, ne? Also, der Progress war heftig. Ich habe gedacht, wir schaffen das nicht mehr. Ich habe auch schon malicek. Wir haben diese Tür rausgelegt. Ich habe aber auch noch einen Killen. Das ist ja auch gut. Ich habe das nicht mehr. Ich habe schon mal dringend. Ich habe es schon mal니, wenn ich das nicht mehr dauerliche Sammupré sitze. Ich habe es schon mal dringend. Vielen Dank.